Die sehen ja richtig gut aus. Perfekt. Linas Aktien schießen mit jeder rostfreien Aufhängung in die Höhe. Die muss geschweißt werden. Da ist er durch. Hier ist er komplett weg. Muss einmal hier. Hei, 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 hei. Jetzt hast du mich erwischt, Thorsten. Hast du die nicht kontrolliert? Beim 124er. Genau die habe ich nicht kontrolliert. Ist ja immer der erste Blick. Ich habe mir zwei angeschaut und das war anderen zwei nicht. Das war dann das Asse im Ärmel. Verdammt.